So, wir kommen jetzt zum Finale der Europameisterschaft der Strecke. Und zwar sehen wir hier auf der Seite aus der Schweiz. Als Sieger der Siegerrunde haben die Kuppings das Auswerfen gewonnen. Sie haben jetzt viel, was Sie angucken. Und die Seite gerade folgten hier die Schweiz-Freunde. Und ich wünsche euch jetzt die Starship hier in den West-O-Tree. Und ich wünsche euch das. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.